Hallo und herzlich willkommen hier im Video! Lange war es still bei der Mission 2022 und es ist auch ein bisschen was passiert. Still war es aber eher weil ich die Fenix 7 von Garmin durchgetestet habe und auch aktuell noch teste. Ja ich habe aber ganz kurz hier ein Video dazwischen geschoben, um euch da auch mal auf dem Laufenden zu halten. Die Vorbereitung ist in vollem Gange. Ich werde jetzt auch gleich Intervalle laufen gehen. Im Moment sind das 10x400. Ich habe letztes Jahr immer längere Intervalle gemacht, aber mit mehr Pause. Dieses Mal ist es richtig knackig. Wenig Pause zum Verschnaufen zwischendrin und dann aber gleich wieder Vollgas. Das steht jetzt an. Ich habe gerade schon ein bisschen die Fußmuskulatur etwas gelockert, weil die natürlich beim regelmäßigen Training doch auch leidet. Ich werde auch gleich noch ein bisschen was für die Beine tun, mich umziehen und mich dann auf den Weg machen. Zusätzlich werde ich heute mal ein bisschen Verpflegung mitnehmen. Ich habe vor ein paar Wochen schon hin und wieder Gels im Vorfeld genommen. Ich nehme heute mal ein anderes Gel. Ich nehme es auch mit und werde es zwischendrin so ein bisschen konsumieren und schaue mal wie das funktioniert. Und ja, wenn ich zurück bin, gibt es Neuigkeiten zum Thema Marathon. Leider haben wir die Zeit der verschobenen und abgesagten Veranstaltungen noch nicht überwunden. Leider haben wir die Zeit der Veranstaltungen noch nicht überwunden. Leider haben wir die Zeit der Veranstaltungen noch nicht überwunden. Das waren jetzt 10x400. Ich habe euch nicht mitgenommen, weil mich das schon tatsächlich im Vorfeld durcheinander gebracht hat, dass ich gleich normale Training ausgewählt habe und mich gewundert habe, warum er die Intervalle nicht startet, als ich die Rundentaste gedrückt habe. So viel dazu. Lief ganz gut, war eklig, hat weh getan, so wie das sein sollte. Jetzt habe ich noch zwei Kilometer bis nach Hause und dann gibt es erst mal Mittagessen und dann reden wir mal über die Neuigkeiten. Ich bin frisch geduscht und habe auch schon zu essen. Wir kochen aktuell immer am Sonntag vor. Es gibt heute Reis mit Gemüse und Rinderhack und danach wahrscheinlich noch einen kleinen Quark mit ein bisschen Honig und Proteinpulver. Und dann bin ich wieder aufgeladen. Hoffe ich jedenfalls mal. Solange das Essen jetzt hier braucht, um warm zu werden, kann ich mal ein bisschen drüber reden, warum ich dieses Video mache. Der Titel verrät es ja vielleicht schon so ein bisschen. Es ist zwar nicht das Aus für den Düsseldorf-Marathon überhaupt, also allgemein die Veranstaltung ist nicht quasi abgesagt. Aber dank Laufen.de wurde ich vorgestern, am Sonntag, ja, darüber informiert, dass der Marathon verschoben ist. Er wird wohl scheinbar nicht am 24. April stattfinden. Eine E-Mail vom Veranstalter gab es nicht. Jedenfalls habe ich keine bekommen. Ich muss da mal noch auf Antwort warten wegen Nachfrage. Ist mir eigentlich ziemlich egal, ob der verschoben wurde, weil wahrscheinlich der Ersatztermin nicht in meinen Plan passt, weil ich auch noch ein paar andere Veranstaltungen habe. Wenn, dann werde ich da den Marathon zum Spaß laufen, falls ich da Lust drauf habe. Für mich stellt sich halt jetzt die Frage, wo laufe ich sonst? Ich bin gerade so ein bisschen im munteren Austausch mit dem Haspa-Marathon in Hamburg. Der ist am selben Tag. Das wäre noch eine Alternative. Ich weiß, dass Wien an dem Tag auch noch ist. Ich glaube, ich habe das hier auch schon mal in einem Vlog besprochen. Ich habe sonst noch Entschede und ein paar andere Optionen von unseren Followern bekommen. Ja, da muss ich jetzt halt mal schauen und mich entscheiden, ob ich nochmal einen großen nehme, der mich viel Geld kostet und dann doch wieder abgesagt wird oder ob ich einen kleinen nehme, wo es nicht so weh tut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auf diese Entscheidung überhaupt gar keine Lust. Ich habe auch schon geguckt, vielleicht kann ich ihn verschieben und habe dann ein bisschen mehr Zeit, um auf den Marathon zu trainieren. Das gefährdet aber Langdistanz-Training und dann komme ich da in Verzug. Und ja, irgendwie kickst mich das gerade alles an. Vor allen Dingen kickst mich an, dass es überhaupt keine Info gab. Also ich weiß nicht, wie lange das schon her ist. Wahrscheinlich schon zwei Wochen. Wenn ich mal dem Datum bei laufen.de glauben möchte, da wäre es schon ganz nett gewesen, informiert zu werden. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, es scheint nicht der einzige Marathon oder nicht die einzige Sportveranstaltung zu sein, die Teilnehmer nicht über eine Verschiebung informiert. Beim Van Loop ist es wohl genauso gelaufen. Da habe ich auch von Leuten gehört, dass sie keine Informationen bekommen haben. Mich würde jetzt mal interessieren, ist es bei euch auch so? Habt ihr auch eine Laufveranstaltung gebucht? Also wart ihr irgendwo angemeldet und es wurde jetzt schon abgesagt oder verschoben und ihr habt keine Info drüber bekommen? Das schreibt mir doch mal in die Kommentare. Ich würde da gerne mal so ein Bild bekommen, wie das aussieht. Ob das jetzt an E-Mail-Accounts liegt, wie an meinem und dem von ein paar anderen oder ob das grundsätzlich gerade so Politik ist, dass man es verschiebt und nicht Bescheid sagt. Ich werde jetzt mal eine Kleinigkeit essen und dann werde ich mich an Videos setzen zur Phoenix 7. Es gibt da noch ein großes Review-Video. Vier Wochen habe ich sie jetzt. Ich verlinke mal die ersten sieben Tage. Da. Da könnt ihr mal reinschauen. Und ansonsten war es das eigentlich für den Vlog hier schon. Ich werde gucken, dass ich die nächsten Wochen wieder regelmäßig Updates mache. Ich wollte es heute aber auch nicht zu lange halten. Ich habe außerdem Hunger, muss essen und wünsche daher viel Spaß beim Training. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.